Ja Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu einem kleinen Infovideo und zwar werde ich am 2.1.2017 um 14 Uhr, also morgen um genau zu sein, einen Mario Kart Wii Fun Room machen mit regular Tracks und gleichzeitig werden wir vielleicht auch noch Ballonballgerei und Münzenjäger zocken, also wenn ihr Bock habt mitzumachen, mich einfach auf Skype adden, ID heißt Kai8594 und schreiben, dass du dabei sein möchtest. Dabei musst du einfach folgenden FC adden, 318123384712. Ich habe einen Open Host FC, das bedeutet ich muss euch nicht adden, ihr seid automatisch in meiner Freundesliste, oder wie gesagt, ich werde automatisch in eurer Freundesliste sein und dann könnt ihr einfach den Raum reinjoinen. Gleichzeitig werdet ihr dann noch, wenn ihr das gemacht habt, in einer Skype Gruppe hinzugefügt, wo wir vielleicht einen Call starten werden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir wirklich so 10 bis 12 Spieler, also minimum 10 Spieler zusammen bekommen. Das bedeutet, wenn ihr andere Leute kennt, die gerne auch noch mitfahren möchten, einfach Bescheid sagen denen und einfach das Video schicken und dann mich einfach nur auf Skype adden. In dem Sinne würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen am 2.1.2017 um 14 Uhr in meinem Fun Room wieder und ja, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.